Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu World of Warships Legends. Bei mir auf meinem Knall einmal ein Replay zu sehen und nämlich von der Jean Bart. Normalerweise mache ich mit Livestreams und seltenermals eigentlich so ein Video, beziehungsweise das ist ja jetzt ein Replay, dass ich, wie man dann spätestens am Ende des Matches gemerkt hat, ich habe glaubt, ich habe es nicht aufgenommen, aber es ist doch eine Aufnahme gelaufen, Gottseidank. Ich habe glaubt, ich habe es nicht aufgenommen, war dann schon verzweifelt am Ende des Matches, weil es eben so eine coole Runde war und unterm Strich dann am Ende. Ich wollte euch nur am Anfang jetzt sagen, dass eben das Spiel jetzt dann losgeht und ich nicht gewusst habe, dass die Aufnahme läuft. So, du mal was kleine Info für euch jetzt am Anfang. Das soll es auch gleich von mir gewesen sein. Dann geht es auch gleich dann los. Ich werde nach dem Match dann nichts mehr hier einsprechen oder so. Genießt einfach das Match, würde ich sagen. Und wenn es dann Fragen gibt, könnt ihr mich ja am Abend immer wieder, wenn ich streame, bin ja ziemlich oft am Streamen auch Legends, könnt ihr mich ja fragen. Das war auf jeden Fall eine sehr geile Runde, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail wahrscheinlich erkannt habt, unterm Strich dann. Ja, ich wünsche euch mal soweit viel Spaß. Ich glaube, ich und der Taif waren am Start. Junior kann sein, dass man den im Hintergrund auch kurz hört, möglicherweise. Aber das ist ja nur sekundär jetzt. Und ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde, mit einer sehr netten Runde Jean Bart. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann in den Livestreams sicherlich wieder. Oder wenn wir wieder mal vielleicht das eine oder andere Highlight haben, vielleicht lade ich dann wieder mal eins hoch. Aber das musste einfach sein. In diesem Sinne viel Spaß. Und wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Ja, wenn du in der Schlachtstippe sehen willst, musst du nach Amerika. Was, das oder was? Ja, ja, ne, wenn du in der Schlachtstippe in echt noch sehen willst. Achso, ich war in London auf der Belfast drauf. Aber es war jetzt aber auch interessant. War sehr interessant. Auf der Brücke oben, haben sie sogar Fotos gemacht. Das ist cool. Das war sehr nice, ja. Ja, weil die Iowa gibt es glaube ich noch. So was wir auch geil eigentlich. Die gibt es glaube ich noch. Ja, die Texas ist noch da. Okay. Ja, sehr viel mehr ist glaube ich auch nicht. Oder weiß ich nicht. Die Missouri könnte noch da sein. Mhm. So, ich überlege gerade mal. Soll ich da links zur Insel wieder hinfahren? Ja, du kannst halt links zur Inselrand. Vielleicht. Ja. Weil ich komme von Seite von A. Weil ich komme von Seite von A. Ich stehe mich mal links zu der fetten Insel. Gleich um die Insel herum wird da wohl kein DT kommen. Schon mal aufgeklärt. Super. Ja, also es war uns ein DT. Auch super. Ich hätte zollen gleich der Einer maximal. Der Andere wieder in der Mitte. Wow. Ich denke mal wieder voll ein rechts. Oh, gelenkig ist er auch. Ja, aber er steht da vorne, ja. Auf den Schieße ich gleich einmal. Oh, mal einen Achter eingeschenkt. Mal da reinparken. Super Breitseite fährt, ja. Ja. Oh, Kreuzer ist auch da. Fidschi, Fidschi, Fidschi. Geht sich das so aus? Oh, die könnten wehtun. Fidschi. Doch nicht. Schade, ne? Könnten, äh, ne. Gibt es ja nicht. So schön Breitseite und dann geht oft. Das geht nichts. Sehr merkwürdig. Fidschi. Hm. Das ist die Frage. Soll ich nochmal am Schiff Fidschi schießen, oder? Ich probiere noch einmal an Fidschi damit, oder? Und? Da wo sind zu zweit. Ah, der fährt auch weg schon. Aber in Fidschi haben wir mal auf jeden Fall vertrieben. Was schießt denn da auf mich? Kommt, Fidschi. Oh, das drehst doch wieder breit, ja. Kommt da irgendeine Kugel? Naja, halbiert haben wir die g'schauen, einmal zumindest. Einmal gegenheilen. Soll ich da reinfahren? Nein, da sehe ich aber Entity. Das gefällt mir noch nicht. Dem vertraue ich nicht, dem Braten. Oh. Soll ich da reinfahren? So, Iowa einen Breiten einschenken vielleicht. Ja, die könnte kommen auf die Iowa. Oder auch nicht. Nur 1000 irgendwas. So, die D ist ja dahinter der Insel. Habe ich schon, ja? Ja, schon. Da steht einfach Breitseite mit so einer Iowa. Also da hat sich jetzt hier auf. Der muss ja nicht, der kann ja nicht so gespielt haben. Ahhhh. Oh, da schießt auf dich, der Iowa. Das heißt, ich bin gleich tot. Oh, da kann man kreuzern. Ist das wieder der Fidschi? Soll ich am Fidschi schießen? Auf wen soll ich schießen? Oder auf dem Iowa? Ach, keine Ahnung. Eigentlich auf den Zerstörer. Aber den habe ich nicht rausgekriegt. Den seh ich gerade nicht. Ah, der dreht wieder ab. Ich muss am Ding schießen da um. Eigentlich ist der Zerstörer. Ich schaue nochmal am Iowa raus. Da steht er fast. Oh, die könnten gut kommen. Ja. Ja. Genau. Oh, halbiert. Ah, schade. Aha, verdammt. Ich weiß auch nicht, warum unser Zerstörer da hinten rumfährt. Und anstatt auf den Scheiß Zerstörer zu blieben. Weil der hat uns nicht. Ja, ja. Das ist total lächerlich. Momentan ist er gerade zu. Ich seh ihn dir die gar nicht. Ohoho, Fidschi versenkt mit der Zitter. Da ist eine Kugel wunderschön gekommen anscheinend. Ja. So, jetzt ist die Flanke nämlich safe da. Was? Blödsinn da hab ich schon wieder gestorben. Scheiß. Hast du mal zumindest gedankt? Cool. Ich fahr mal vor. Vielleicht kann ich uns an TD ein bisschen helfen. Asascio raus. Von der Atlanta. Oh, nice. Das war aber auf der anderen Seite, oder? Ist der von uns noch da? Nicht, damit der jetzt da unnötig raus torpediert. Ja. Aber die Z23 hat total den Blödsinn gemacht. Er hat hier außen rum. Oh, shit. Ich bin aufgeklärt. Das ist gar nicht gut. Das heißt, da ist da vorne irgendwo. Ja, da ist er ja schon. Ja, da ist er ja schon. So, geh einmal hier rein. Komm, eine Kugel und und und. Yes! Raus ist er, der Fletchinger. Nice. Jetzt sind wir raus. Na, David. Wir haben viel Energie. Wo kommen die Dubitos? Ja, da rechts. What the fuck. Von der Fletcher vielleicht. Oder sicher. Achso, die ist keiner mehr da. Keiner mehr da. Ne, ne. Na, der zieht. Na, der zieht. Ja, ja, ja. So, jetzt brennen wir mal, Kollege. So, bleib bei HI. Solange er nicht querfährt, bleib bei HI. Ja, ja, ja. Oh, shit. Rechts. Ah, fuck, 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 fuck. Du kannst ja sagen. Könnte ich aber rechts nicht mehr hin, oder sonst geht ab. Na, warte. Ich bin aber gleich mit HI voll. Ja. Ich weiß, einmal haben wir einen Probeschuss. Sollts tun wir wechseln. Ein Turbo zünden die rein. Ja, das passt so von der Entfernung her. Komm, 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 komm. Die könnten wehtun. Wow, elf immerhin. Ich schieb nochmal ein bisschen zurück, dass ich ein bisschen Deckung habe. Warte mal, der Iowa. Der kommt schon wieder breitseite, oder was? Das heißt, man muss auch irgendwie die Torpedo so fahren. Schau mal. Uh, die könnten wehtun mal in Iowa. Wow, alter, drei, zieht das, leckt mich am Arsch. Alter Schwede. Und ich, und ich, und ich nehm die Runde nicht auf. Nein. Ihn hast du öffentlich geschossen. Den haben wir aus den Socken geschossen damit. Ja, pass auf, das auch wächst, die. Nein, du bist in Deckung. Oh, den haben wir auch noch. Ja, gut, war gar nicht so geil. Der schießt noch, ach, der ist noch ein Schombard da vorne. Ah, fuck, fuck, fuck. Der ist noch ein Schombard da vorne. Der ist noch ein Schombard da vorne, ja. Der liegt da so näher an der Inselrand. Ah, okay, warte, ich fahr wieder zurück. Oh, die Greiser kommt doch nicht zu, ja. Ja, ich sehe es gerade. Hat der Torpedos? Ja, ja, der Torpedos. Sechs Kilometer. Der Schombard hat auch kein anderes Ziel, außer ich, außer mich. Komm, Rettung an. Ja, der Zerstörer von uns fällt noch nicht wie so ein Bart schon an. Ja, okay, nice. Komm, was machst du? Kannst du noch stehen, oder was machst du da? Na, ganz langsam fährt er irgendwie. Ich hole mal dann raus, da ist wurscht. 4-2, na, besser wie nix. Schon ein paar sind in der Insel verschwunden da hinten. Na ja, die drei sind noch ein Wassereinbruch. Der zieht rum. Oh, nice. Ja, warte, ich hab noch 80 Runden, das könnte sich genauso ausgehen. Ja, das ist ein Fehler. Jetzt tut's weh. Oh, du bist zu weit vorgehalten. Ja, leider. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller. Schade. Und der war schon relativ nah. Ja. Wo kommt denn der... Äh? Von der... Die Kneisenor hat die Z3-Bank getoppt. Ja, boah. Genau. Ja, das ist gute Leistung. Aber den hole ich mir jetzt. Dann ist der mal raus. Ja, und dann... Und die Jabbata hat aber noch voll Leben. Das ist das stimmt. Naja... Ja, ich war nicht so schlecht. Kann auch noch heilen noch einmal dann. Noch heil ich auch hoch zum Beispiel. Ah... Der haut schon ab da. Ah, tschüss. Noch eine Zita. Oh! Ataisa! Ich hab ihn gar nicht gesehen! Ich hab ihn schon bat! Haha! Ja, ja. Oh, dein Horn so beschädigt. Soll ich den rammen? Ja, es sind ja nur zwei. Kommt, den probier ich zum rammen. Das ist für uns gut. Glaube ich, oder? Ich gebe jetzt Vollgas. Ja, gut. Die anderen... Das ist doch der letzte. Ja. Ja. Ich probier den rammen Scheiß drauf. Und Turo rein. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Ja. Ja, ja, ja. Er weiß eh, was los ist. Oder soll ich ihn... Oh ja, der hat volles Leben, gell? Oder schießt wir anderen auf den? Nein, eigentlich nicht. Ne, die anderen sind noch zu weit weg. Ja. Ganz höchstens noch auf HE-Wechsel. Meinst? Ja, vom Winkel her auf jeden Fall. Ich hab grad ein bisschen asymmetrisches... Ladeverhalten leider. Ich will ihm da... Die Kanonen weg schießen. Geht aber nicht. Weil dann könnte ich noch einmal... Überlegen, ob ich... Der Sieg ist in Sicht. Ja, er weiß, was los ist. Jetzt gibt er Gas. Ja, ja. Der mag dich aufgraben. Es fahrt hier am Ende vorbei, ja? Krass. Nö, nö. So. KRAKE! Yes! Fünf. Zerstört. Ich hab's gar nicht gesehen vorher. Ich hab's gar nicht gesehen vorher. Das war auch der Sieg. Dann hab ich weggemacht. Ja, nice. Und das nehm ich nicht auf. Ich fass es nicht. Ja, und 4.000. Fass. What? 3-9! Alter Schwede! Was ist denn da los? Bohohohoho! Nein! Die Runde nicht aufgenommen! Nein! Nein! Großkaliber! Vernichtender Schlag! KRAKE! Freigelassen! Ja, ist denn das zu glauben? 208.000 Schaden, nur so nebenbei! Oh! Okay, das kannst du eingerahmen! Ehm, was geht's! Minimal auf! Playstation 1